ja kam nicht mal ein weg weiter noch mal gratis welche abgesagt ja schön das ist nicht gut du bist du machbar das sind ein paar ja das ist alles noch kein Kram Krieg zerstören weg mitnehmen sehr schön ich denke mal das reicht für die Basis auf jeden Fall noch für die da auch eventuell nicht mehr für den Splitter doch okay und jetzt wenn ich etwas gelernt habe aus meinen Let's Plays dann dass ich meistens sterbe weil ich zu gierig werde also jetzt nach Hause wir haben ihnen noch zwei Magazine also ja geh nach Hause wo ist zu Hause? da hinten irgendwo okay ein bisschen weiter südlich halten wir wollen die Basis da nicht triggern dann baust du jetzt bitte die hier weiter so und wenn wir zu Hause ankommen schmeißen wir die alle in irgendeine Logistikkiste und lassen sie dann auf die verschiedenen Labore gleichmäßig verteilen und dann machen wir uns dran die MK2-Rüstung zu bauen lass mich hier durch danke so das ist auch noch ganz gut machbar also wir haben jetzt inzwischen schon wieder eine Mutation und zwar bei den Splitter diesmal aber die Big Splitter finde ich persönlich jetzt nicht so beunruhigend die werden höchstwahrscheinlich beunruhigend sein sobald sie mal angreifen also unsere Mauern und dann nach und nach alle Türme weg one hitten aber wenn die Big Splitter in der Defensive sind dann kein Problem die Berserker Big Splitter kann ich mir nicht so wirklich gut vorstellen weil die Berserker sind ja eigentlich nicht so gut gepanzert wenn ich es richtig weiß aber dafür wesentlich schneller oder machen mehr Schaden eins von beiden mehr Schaden beim Splitter wäre garstig wenn dann zwei, drei davon nebeneinander stehen und auf mich gleichzeitig spucken naja müssen wir gucken und der nächste Schritt bei den Beitern wäre jetzt der der Eldar nach dem Berserker kam glaube ich der Eldar der war bei weitem nicht so stark dafür richtig flott und das sollten wir nicht machen weil das ist eine Schwachstelle genau so Money ich brauche ganz viel Money ganz ganz viel Money könnte mich irgendjemand mit Rohstoffen versorgen oh Roboter sind alle ausgelastet das ist doch frohe Kunde für Skynet würde ich sagen wo bist du da bist du du zack ah Skynet arbeitet wieder dum 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 ja Gott genau das Zeug kommt das Zeug kommt bitte tu einfach die mal ganz kurz hier rein die sollten dann was ihr wollt immer nur eins haben achso ja stimmt damit es dazu kein Problem führt klappt das auch wenn wir eine höhere Stack Size haben nö okay Lab Efficiency Ticket noch durch die Roboter verteilen jetzt überall die Science Packs und dann machen wir den Dreier grün den Dreier blau und dann die Rüstung selber gut was habe ich noch alles so auf dem Plan Tinor kann da rein wir wollten noch ganz viele Landfill bauen um das da hinten vorzubereiten ich muss theoretisch auch noch davon ein paar bauen habe ich dafür alles auf Tasche Steinzahnräder ja Eisenplatten nicht mehr so wirklich viele wo staut sich unser Eisen hier auch wenn es nicht so wirklich viel ist und Kupfer wird sich hier hinten stauen das sieht doch gut aus oh drei die leer gelaufen sind oder fast leer gelaufen sind wo bist du Mining Drill zeugt da mach bitte ein Mining Drill dahin ein Mining Drill dahin Schmelzofen da Schmelzofen da Ärmchen, Ärmchen die werden jetzt alle abgenudelt dann Pollution, Pollution, Pollution ist okay fürs Erste hier ist noch eine leer den haust du dann nirgendwo hin weil wir haben momentan eh gerade einen kleinen Überschuss an Kupfer also Kupfer wird stetig mehr im Gegensatz zu Eisen deswegen sollte es okay sein wenn wir einen jetzt verloren haben so Lab Vision C2 ist durch erforscht bitte ist vollkommen egal welchen mach den da so das ist okay das ist okay hau die lästigen da mal rein wir haben 100 oben wir haben 200 hier wir brauchen insgesamt 300 das reicht schon fast also für das Erste zumindest aber ich tu die mal alle hier oben rein damit das da unten nicht irgendwann mal mit was anderem verstopft wird irgendwie verstopft das gerade mein Playercrafting ich würde gerne andere Sachen machen wow wird dich hier eine Fabrik die stellt jetzt oder was fällst du? da nein ich dass da das da sagt sagt und du bekommst jetzt keine ahnung mach erst mal 30 damit du genug hast für die andere sache da das grüne modul das ist also okay das heißt die da kann ich jetzt abbrechen und ich hätte jetzt ganz gerne eigentlich hätte ich ganz gerne hier einfach ein so ein ding der mir sagt hier piercing statt ganz schnell zu 100 stück und dann gerne noch eine fabrik hier die mir die statt ganz schnell herstellt mit kupfer und stahl ich hätte gerne ich hätte gerne stahl nicht 200 sondern nur 10 also so dich beschränken wir auf zwei stacks die müssten eigentlich mal bei mir land sobald ich in der nähe bin gut dann hätte ich gerne landfill so wir haben komischerweise immer noch 214 roboter obwohl es keine damm werkeln ist was okay ich habe vergessen eine request der chest neu aufzubauen anscheinend du hättest gerne blubb überhaupt den da den da den da und den da so schon haben wir 252 netter sprung und trotzdem alle ausgelastet das ist ja okay wie schaut es mit euch aus ihr habt durchgehend 100 grad bei 80 prozent performance was nicht gut ist dass die 80 prozent performance brauchen gerade aber ja davon ein wort begonnen also planen dass sie dicht machen gucken wo die richtige stelle ist dann die abreißen den blueprint nutzen um das zu kopieren und die roboter alles bauen lassen wir bräuchten allerdings auch noch fabriken für die secondary ist dimension 1 und secondary ist dimension 2 und für die boiler und für die ersten schmelzöfen dinge aber die brauchen die beurte die sachen werde ich ja wahrscheinlich wieder nach hier auslagen damit smog nicht so wirklich weiter sich ausbreitet das dinge und muss echt sterben du auch hier sieht es gut aus und die beiden müssen weg sky netter wollte ich ja eigentlich umstellen zwischendurch einmal aber wir haben 263 das reicht aber noch nicht das bleibt also erstmal so spieler inventar kraft noch mehr davon also hilft quasi dem da die werden immer gleich zu mir gebracht die munition an den chef zu bringen ist anscheinend keine priorität für die roboter was okay ist klick trotzdem und das mit dem speed modulen dauert ganz schön lange ja gut mache ich mir jetzt keinen kopf drum also ich denke es dauert noch so an die zehn folgen bis wir die power arm und mk2 haben aber bis dahin kann ich immer noch so kleine trips zwischendurch machen noch mehr erinnert zu bekommen es wundert mich nur echt dass sie nicht angreifen ich habe inzwischen doch den ganz schön auf die füße getreten oh ja mit zwei basis ja ich gehe mal runter macht das wasser da weg klick da glaube ich noch mal so ein strich drüber ja problem ist halt das sprengen von dem ganzen ist wesentlich schwieriger als das zu setzen also ich muss ziemlich vorsichtig sein bauen die alle so 30 magazine das reicht doch bestimmt für so eine zweier basis oder ja ich glaube ich muss die ein bisschen zurückhalten es gibt in der basis so viel zu tun vor allem auch hier mit den lasertürmen und den gun turrets wo kam die gun turrets hin neben dem da das war meine gun turrets was ist mauer ist echt das sieht komisch aus so noch irgendwas an turrets da so 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 nee ein abstand dazu okay hier ist ein bisschen problematisch das passt nicht ins muster werde ich dann aber später einfach zu kippen das mache ich gleich sind gleich soweit okay guck jetzt mal hier weiter dreier mauer so ein abstand von der mauer da 123 ärmchen oben 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 fließt man kommt dann gleich hin dann kannst du schon mal weg weil die roboter lange nicht hierher kommen werden dann wo ist mein dreck da ist mein dreck tuk 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 gut so bitte bauturm da 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 ämchen 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 das sieht doch schon mal langsam so aus wie eine einigermaßen strukturierte verteidigung Auch wenn die bei weitem nicht genug Schaden machen werden Wir haben es ja gesehen, die Big Balter hat das gar nicht gekratzt Die Lasertürme haben einigermaßen Schaden gemacht Aber die da Sah für mich jedenfalls nicht danach aus Haben wir noch mehr Türme? Irgendwas an Türmen? Turm, Turm? Ne Wow Fünf Zehn Zehn davon, baut zehn davon Ja, 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 wird langsam, wird langsam Zeig mir mal ganz kurz Da könnte ich meinen Drill hinhauen Ja, mach mal kurz Mining Drill, apropos Mining Drill Einfach mal so irgendwo hinhauen Ich sollte unten nach dem MK2 Mining Drill beim Tint gucken Der außerhalb der Basis steht Es wird doch ärgerlich, wenn das jetzt alles abgebaut werden würde Und dann, na, puff, alles weg ist Das heißt, du machst das Wir brauchen mehr Pollution Module Zack, zack Oh, Moni kommt auch Sehr schön Und ich gucke mal ganz kurz nach den Repair Packs Hätte ich auch hier irgendwo angeschmissen Da Die Repair Packs müssten aber von hier weggebracht werden Und zwar Zu einem Robo-Port Vielleicht du hättest auch ganz gerne normale Repair Packs Normal Repair Packs 50 Stück Und mal erst mal 20 So, komm angeflogen Dann hoffe ich doch mal Dass die zwei Construction Robots Jetzt hier ankommen Sich die Repair Packs schnappen Und dann da oben eben was operieren Kann ich jetzt allerdings nicht so wirklich gut auseinanderhalten Die Roboter Mit dem ganzen Gewusel hier Aber halt dich einfach im Auge Wenn die Symbole irgendwann verschwinden Weiß ich, ich hab was richtig gemacht Wobei, das sind alles Moni Symbole, oder? Ne, das sind die Abreißmodule hier Beschädige mal ganz kurz eine Mauer, bitte So Wenn die Mauer da demnächst repariert ist Dann hab ich was richtig gemacht So testet man Dinge Man schießt mit einer Schrottelnde drauf Sehr gut Lasertürme, bitte Du hast, du hast, du hast Hier gibt es noch gar keine Oh, das ist zappenduster Gerade hier sollte Licht sein Baulicht Oh, du fällst Bäume anstatt Mauern zu reparieren Oh, du, du, du vielleicht Nö Du fliegst einfach weg Fauler Sack Na gut Achso, die mach ich jetzt hier alle weg Die bringen eh nix weg Weg, 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 weg So, ich würd's dir die Roboter machen lassen Aber mal ernsthaft Die zwei haben schon so viel zu tun Helft ihr mal ganz kurz hier So Warum gibt ihr mir Stangen? Also, weil ich Stangen verbraucht hab Ja, okay 64 Magazine Okay, ich denke, ich mach jetzt so ne kleine Pause Und in der nächsten Folge Verballer ich die Magazine Wahrscheinlich da oben Und da vielleicht Also hier am Wasser lang schleichen Oder außenrum Das da töten, das da töten Hier vielleicht nen Bogen machen Um mal zu gucken, was da ist Und dann wieder nach Hause Ja, klicken nach dem Plan Und währenddessen werden die Speed-Module erforscht Die anderen grünen Module erforscht Und wir nähern uns der MK2-Rüstung Soweit Alles Bombe Also bis gleich Tschüss